Es gibt insgesamt 26 Welten für The Sims 4, die natürlich nicht alle gleich gut sind. Das ultimative Ranking von ihnen gibt's jetzt. Um alle Welten für The Sims 4 richtig einordnen zu können, habe ich mir diese Tierlist hier rausgesucht. Fangen wir mal mit den Basisspielwelten an. Willow Creek, der absolute Klassiker, aber ich muss mittlerweile sagen, ich kann diese Welt wirklich nicht mehr sehen. An sich mag ich ja Willow Creek und ich spiele immer noch mit meinen Sims in dieser Welt. Das ist ein bisschen schwierig zu sagen. Ich würde es jetzt fast mal eigentlich dazwischen setzen. Wir machen es mal auf Mäh. Und mit Mäh geht es auch weiter mit Oasis Springs, die ich tatsächlich einen Ticken weniger mag. Einfach, weil ich dieses Wüstenthema nicht so gerne mag. Fürs Basisspiel sind das ja auch gar keine schlechten Welten, aber es gibt ja mit den ganzen Packs deutlich schönere, größere und allgemein bessere Welten. Jetzt müssen wir noch Newcrest einordnen. 2015 ins Spiel dazugekommen und ich glaube, Mäh ist auch dieser Platz hier. Man hat zwar super viel Platz zum Bauen, auf der anderen Seite ist die Welt natürlich auch sehr leer. Ist irgendwie nicht so schön, da hätte ich mir vielleicht noch eine volle Variante gewünscht. Und wir sind beinahe schon beim Grauen angekommen. Magnolia Promenade ist wirklich schrecklich. Die Welt sieht quasi genauso aus wie Willow Creek. Ist super klein und irgendwie hätten sich die Entwickler das auch einfach sparen können. Granite Falls mit dem ersten Gameplay Pack ist im Nachhinein betrachtet immer noch recht schön. Ja, obwohl ich sagen muss, dass so ein Urlaub in Granite Falls mittlerweile wirklich seinen Reiz verloren hat. Da war ich schon mit meinen Sims echt ewig nicht mehr. Zeit für Freunde brachte Windenburg sogar mit einem eigenen Song im Trailer immer noch legendär. Auch eines der größten Welten in The Sims 4. Mir hat es auch gefallen, dass sie da so einen Mix gemacht haben mit den eher moderneren und traditionelleren Gebieten. Das war sehr cool. Sanmai Shuno, muss ich sagen, hat für mich auch einen sehr großen Nostalgie-Faktor. Würde ich jetzt auch bei Like It positionieren, auch immer noch eine recht große Welt. Schade, dass sie die Welten mittlerweile nicht mehr so groß machen. Hätte ich dieses Video vor fünf Jahren aufgenommen, hätte ich Forgotten Hollow wahrscheinlich noch höher gerankt. Aber in all der Zeit ist mir aufgefallen, wie viel schönere Welten es doch gibt. Also von Like It in 2015, 2016 ist es jetzt irgendwie mittlerweile auf mehr gerutscht. Wenn man es mal runterbricht, besteht die Welt zum großen Teil einfach nur aus Stein und im Nachhinein ist das wirklich jetzt nicht so spannend. Brinadon Bay hat wirklich einen genialen Vibe, muss ich sagen, gefällt mir immer noch gut. Sehr detailliert auch. Ich mag die Bäume, ich mag dieses Herbstliche, was da so mit reingekommen ist. Bei Needed ganz gut aufgehoben. Die Urlaubswelt Salvadorada ist für mich ein bisschen kniffliger. Auf der einen Seite ist sie natürlich auch sehr schön und vor allem sehr riesig, was man manchmal wirklich vergisst. Aber irgendwie bin ich so selten da, deswegen würde ich sie vielleicht dann schon bei Map positionieren. Delsol Valley, da hat es angefangen. Da wurden die Erweiterungswelten kleiner. Die Welt hat ja schon irgendwie ihren Charme, aber ich fand sie immer so ein bisschen zu klein. Ich glaube, ich hätte sie jetzt auch hier wieder dazwischen positioniert, aber dann wird es dann doch eher meh. Jetzt sind wir bei Strangerville und mir hat dieser Mix aus dem Grün und diesem Roten Stein immer so unfassbar gut gefallen. Aber auch hier spiele ich immer super selten. Gerade weil dieses Gameplay, was ja so ein bisschen mit dieser Welt verzahnt ist, dann da auch so ein bisschen reinfunkt, wenn man da wohnt. Aber irgendwie wäre es auch fies, es auf den Mad zu packen. Ich mag sie halt sehr gern, weil sie so schön aussieht. Dann sind wir halt bei Like It. Oh, wenn ich auch nur Bilder von Sulani sehe, da zieht es mir direkt die Hose aus und eine Badehose an. Deswegen würde ich sagen, Needed trifft es eigentlich schon ganz gut. Es wäre schon schade, wenn es sie nicht mehr geben würde. Glimmerbrook war schon immer für mich so ein bisschen der Nachfolger von Granite Falls. Aber es gibt ja auch den magischen Teil der Welt, der dann halt wieder wirklich was ganz Besonderes darstellt. Das ist halt bis heute beinahe einzigartig. Ich glaube, weil ich sie so selten besuche und der normale Teil dann doch wirklich sehr nah an Granite Falls dran ist, würde ich es mal beim Map positionieren. Bei Brightchester haben sie sich ja auch wieder so ein bisschen was überlegt mit diesem modernen und traditionellen Stil. An sich architektonisch auch super, aber im normalen Gameplay ja natürlich nicht wirklich nutzbar. Aber an sich finde ich es auch wieder so schwierig. Ich würde diese Welt jetzt glaube ich irgendwie mal auf Hated setzen, einfach weil sie im normalen Gameplay so unnötig ist. Aber, liebe Entwickler, gerne nochmal eine normale Wohnwelt in diesem Stil, da hätte ich nichts dagegen. Wir kommen ein bisschen zu den neueren Packs. Da hatten wir Evergreen Haber und ich muss sagen, diese Welt kommt wahrscheinlich auch eher wieder auf Meh. Es ist aber auch wieder nicht ganz so eindeutig, weil Evergreen Haber hat so schöne Ecken mit diesem weißen Steinbruch. Das ist ja auch eine coole Idee, aber ich muss sagen, dass ich diesen leicht dreckigen Vorstadt-Look irgendwie einfach nicht so gerne mag. Obwohl er natürlich perfekt zum Thema passt, aber ich würde trotzdem sagen, dass das für mich diese Welt zu einem Meh macht. Oh, jetzt haben wir wieder eine recht einfache Entscheidung und zwar Batuu. Da würde ich sagen, ich glaube, Deleted muss gewinnen. Ich glaube, alleine schon der Fakt, dass man diese Welt wirklich nur fürs Gameplay und absolut nichts zum Bauen benutzen kann, ist schon fast ein Ausschlusskriterium. Ansonsten muss man für diese Welt natürlich einfach ein Star Wars Fan sein, sonst macht das Ganze nicht wirklich Sinn. Das absolute Gegenteil von den aktuellen Temperaturen stellt auf jeden Fall Mount Komorebi dar. Ja, eine Schneewelt im japanischen Stil, die mir recht gut gefällt und die ich jetzt einfach mal auf Like It positionieren würde. Sie ist vor allem nicht so klischeeasiatisch, wie das noch bei The Sims 3 so der Fall war, sondern finde ich ein bisschen realistischer. Ja, und die roten Bäume sind einfach so ein netter Farbtupfer. Jetzt wird es vielleicht ein bisschen unerwartet. Es geht um Hanford und Bagley und ich muss sagen, dass ich mich an dieser Welt ein bisschen satt gesehen habe. Wenn man so drüber nachdenkt, ist es halt sehr viel Grün, der Dorfkern ist irgendwie ganz süß, aber ich muss sagen, dass ich diese Welt mittlerweile nicht mehr so spannend finde. Also auch eher mäh, obwohl ich sie am Anfang wirklich sehr geliebt habe. Ich glaube, Gegensätze ziehen sich an, weil Tartosa ist so wunderschön, das ganze Gameplayback dahinter ist aber einfach grausam. Aber wenn wir diese leicht an Griechenland inspirierte Welt mal isoliert betrachten, denke ich, dass sie schon Like It verdient hat. Mir gefällt einfach die Architektur der Häuser immer noch so gut, die Weinberge machen ein bisschen was her und ich bekomme da immer so leichte Sulani-Vibes. Sie hat aber trotzdem einen ganz eigenen Charakter, weshalb es nicht wie irgendeine Kopie oder so wirkt. Moonwood Mill ist irgendwie nochmal so eine Sache für sich. Sie hat ja auch mit diesen dunklen Nadelbäumen irgendwie wieder so ein bisschen diesen Stil von Granite Falls. Bringt dann aber mit diesem verlassenen Industrie-Thema wieder so was Neues mit rein. Auch wenn ich in dieser Welt nicht so oft unterwegs bin, muss ich doch sagen, Like It, einfach wegen diesem eigenen Thema. Bei Copperdale habe ich immer ein bisschen das Gefühl, dass sie Moonwood Mill und diese Welt irgendwie in einem entwickelt haben. Direkt beim nächsten Pack auch wieder mit diesen Nadelbäumen zu arbeiten, habe ich da nicht so ganz verstanden. Und an sich ist sie ja nicht hässlich, aber ich finde sie irgendwie trotzdem so ein bisschen uninspiriert. Und den Jahrmarkt hätten sie sich wirklich sparen können. An sich braucht die Sims 4 ja einen Jahrmarkt, aber nicht, wenn man mit ihm nicht wirklich interagieren kann. Deswegen würde ich fast schon Hated sagen, dass wir hier auch nochmal ein bisschen was haben. Hm, Sun Sequoia ist an sich ja auch eine hübsche Welt. Aber wenn ich so drüber nachdenke, ich habe sie schon beinahe wieder vergessen. Da ist auch wieder so ein bisschen dieses Vorstadtthema, aber irgendwie hat die Welt nicht so richtig was Eigenes, was Besonderes. Ich würde sie jetzt nochmal vielleicht mit einem gut gemeinten Mäh davon kommen lassen. Chestnut Ridge ist definitiv StrangerVille 2.0. Es sind auf jeden Fall schon Unterschiede da, wie ich dann im Nachhinein festgestellt habe. Aber ganz ehrlich, sie ist zwar nicht hässlich. Es gibt noch eine nette, große Fläche, wo man viel Auslauf hat. Aber Hated ist dann schon irgendwie passend. Zu vermieten hat ja gerade erst meinen ehrlichen Trailer abbekommen. Und das wäre auch wieder so eine Welt, die ich hier, glaube ich, dazwischen positionieren würde. Vielleicht kriegt sie noch ein Like It, weil sie wirklich in der Nacht mit dem bunten Licht auf diesem Markt dann doch irgendwie eine Atmosphäre hat. Und da wären wir direkt bei der neuesten Erweiterung. Verliebt bringt Ciudad Enamorada, die wir auch mal bei Like It positionieren. Wenn man sich die neue Welt nämlich im Detail ansieht, fällt schon auf, dass die Entwickler viele Details eingestreut haben. Der mexikanische Stil gefällt mir auch ganz gut. Diese bunten, pastelligen Häuschen machen schon was her. Und damit hätten wir dieses Ranking jetzt auch vollständig. Wie sieht denn euer Ranking aus? Seid ihr mit meiner Auswahl zufrieden? Was hättet ihr anders positioniert? Lasst gerne einen Daumen nach oben und ein Abo da, wenn ihr mehr solcher Videos in Zukunft sehen möchtet. Und dann sieht man sich bei einem der nächsten Videos hier auf simsblog.de wieder.